Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Clash of Clans für Gregor Simon & Hatsby M.P.O. Ich möchte euch heute in meinem ersten Voto-Video euch einmal zeigen, dass man eigentlich nicht in jeden Clan kommen sollte. Denn eigentlich, es kommt drauf an, seid ihr inaktive Spieler? Ja, seid ihr inaktive Spieler oder seid ihr aktive Spieler? Wenn ihr inaktive Spieler seid, sucht ihr euch natürlich einen aktiven Clan. Wenn ihr inaktive seid, dann kann der Clan irgendeiner sein. Ich würde euch raten, wenn ihr inaktiv seid, dass ihr vielleicht, wenn möglich, in den Clan Wies kommt. Da ist ein Freund von mir drinnen und schreibt Gis ganz normal, so ach, so schreibt man das Gis. Und dann gehen wir nach suchen und dann ist der erste Clan zu einer gelb-orange gestreiten... Ja, und hier ist der Adel, einer von meinen Freunden. Der Mo, das ist der Moritz. Und der Baul, wo es nur 7 ist, ist mein Freund der Gaul. Ich werde vielleicht einmal mit einem von meinen Freunden ein Video machen. Ich könnte dich mal etwas besser kennenlernen. Aber der BFFI oder PFFI, wenn man jetzt... Der Adel ist neu. Und ich war da auch immer drin. Wer kennt Mr. Mobile-Fan? Ich nehme gerade Oh. Hey, ich möchte den Plan durch den Sie aufgenommen haben. Können wir gleich mal suchen? Ja. Soll ich also ich würde ich würde wirklich also diese Goldminden sind eigentlich nicht geschützt. Wenn das ganz genau nicht. Hi, YouTube. Mein Kanal heißt Kreeg er wie heißt den Kanal? Mein Kanal heißt und Träger 27 M.P.O. Ja, was soll ich das an der Base sagen? Die Minen sind so gut wie gar nicht geschützt. Diese Kanone schützt vielleicht mal bei Minen wurde durch Cool aus dem Clan ausgestoßen. Ausgestoßen wurde durch Cool aus... Alter, die haben mich ausgestoßen. Lufthorbeer hat jetzt auch schon auf Level 3 Sie ist auch auf Level 3 wie in der Falle Level 5 6 würde ich sagen 3 mal 3 4 ist ja 3 4 Bogensitzendom Level 8 würde ich jetzt sagen auf den ersten Blick nein sieht man gut hier ist hier Lager Fix Level 1 ich habe meine Elixierlager noch alle beide Level 9 also ihr müsst nicht ein Gratis Level 7 ähm du wurdest aus dem Clan ausgestoßen was bin ich jetzt in keinem Clan mehr ach so ja der eine ja der hat mich jetzt ach der wisch der wisch renn ja jötter ja was war das ach 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 was was ich wurde am tablet cool sorry cool hat alle ausgestoßen ist nicht schlimm ne ist nicht schlimm übrigens ihr könnt auch in den Clan Dragon nach Dagenhof Polizei zeichnet ja ist alle her her kommen wirklich sehr unwahrscheinlich versehen könnte würde ich es sagen ja ich würde sagen das anfangen video ich hoffe es hat euch das anfangen video mal gefallen werde sicher noch ein zwei videos drehen weil ich habe heute mit meinen YouTube folgen angefangen und ja ich würde mich freuen wenn sie öfter steht und ja kommentiert sie bitte hier unten ja ja ich würde mich wirklich extrem freuen wenn sie abonniert und Daumen hoch macht ja bis zum nächsten mal hey wieso nett okay bis zum nächsten mal bis zum